Wir haben uns beworben, weil dieser Bewerb im Prinzip genau das trifft, was wir im täglichen Leben so durchführen. Das heißt, die Alpentherme ist ein Zentrum, das im Prinzip sehr viel mit Gesundheit zu tun hat. Die Alpentherme Gastein bietet den Teilnehmern des Adidas Infinity Trails, das gesamte Wohlfühl- und Regenerationsprogramm zum Nulltarif. Wir freuen uns schon auf euer Kommen. Ich hoffe, es sind viele mit dabei. Ich wünsche euch persönlich einen schönen Aufenthalt bei uns in Gastein, dass ihr das so erlebt, wie wir Einheimischen in schöner Natur. Ein unfallbreies Erlebnis und dass ihr euer persönliches Ziel erreicht. Also Männer, auf geht's, bocken wir's und schauen wir, dass wir's gut machen. Untertitelung des ZDF, 2020